Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Modsalsa. Ja, wie man sehen kann, jetzt wieder mit einem neuen Texture Pack, dem Specs Pure BD Craft. Und ja, hat sich schon wieder einiges getan. Und zwar, ich habe jetzt mal hier, weil das zu voll wurde in der Natur, und da es jetzt auch komischerweise wieder zu voll ist vom Kupfer und alles, habe ich hier mal zwei Barrels aufgestellt, schon mal mit den wichtigsten, Iron und Kohle. Ja, habe dann eine Knie und Sextruhe dann nochmal aufgestellt, damit ich ein bisschen Koppeln machen kann. Hier hat sich ein Hund in die Truhe gesetzt, dem seine Freunde stehen woanders, da drüben. Ja, das sind schon ein paar mehr geworden. Und zwar bin ich jetzt schon Hunde im Zwischen, weil ich weiß, was man später noch braucht, ziemlich viel bei Witchery. Und das sind Tongue of a Dog, Hundezungen. Und ja, da wollte ich lieber schon mal ein bisschen was vorbereiten. Ähm, ja, ich habe den Turm draußen nochmal ein bisschen weiter gebaut. Ich wollte schon gerade sagen, als wäre das normal. Ähm, hier ist Fishing Net, das ist nicht so ganz erfolgreich. Oh, naja. Oh, da tut es so gut, das mal alles mit dem Texture Pack zu sehen. Dann habe ich jetzt hier den Turm schon mal etwas höher gemacht. Auch von den Farming Stations. Geht hier schon mal bis zu den Zinn Crops hoch. Muss ich aber noch die Capacitor einbauen. Dann hier Essence Crops ist schon dabei. Dann kommt hier, äh, ne, Kühe. Kaosoul Crop. Dann hier oben, erstmal Re-Shot-Joints-A-Game. Hier haben wir dann Emerald Seeds. Und hier oben, noch in der Ausfeld. Äh, ja. Ich glaube, ich nehme die schneller ab. Kürzer nach unten. Chewonimo! Alter, das war knapp. Ein Schritt weiter nach links. Eui, eui, eui. So, jetzt wird es dann... Das wird zum Barrel scheiß neuerdings auch schon 100. Deswegen habe ich das noch hier gelassen. Komm, du bist hier, du bist ja Wachhund. Ja, Essenzen ist schon einiges zusammengekommen. Mittlerweile auch schon einiges an Seeds. Und das müsste man demnächst nochmal ausmisten. Hier ist auch schon wieder einiges drin. Mittlerweile auch schon hier sieben Extreme Essenzen. Ja. Ich weiß nicht, da weiß ich noch was da hier war. Ja, da drin, ne? Ja, Mann. Und ich würde sagen, so gefällt mir auch der Boden hier recht cool. Und... Dann... Komm. Endlich war komm. Hoppa. So, aber genug geredet. Was wollen wir heute machen? Wir wollen heute weitermachen mit einem bestimmten Mod, den wir schon ein bisschen angefangen haben. Und zwar die Blutmagie. Und bevor ich das jetzt hier noch reintippe, mache ich dann einfach schnell hier drüber. Das sollte jetzt ein bisschen schneller gehen, bis ich überlegt habe, wie der Mod wieder komplett reicht. Und zwar... Ich muss mal gucken, ob ich das hier noch liegen habe. Ja. Divination Siegel. Black Slates habe ich schon mal ein paar vorbereitet. Weak Blood Orb und Data. So. Und zwar... Wir wollen mal schauen, dass wir den Blutaltar auf die nächste Ebene auf das nächste Level upgraden. Und dafür brauchen wir solche Blood Runes. Das sind relativ billig. Man braucht halt Black Slates, die mit 1000 LP getunkt werden. Das sind einfach Kabel-Clean-Stones. Dann ist wieder Kabel-Clean. Ja komm, gib du mal die Kabel noch da aus. Ich könnte mal ein paar brauchen. Und dann würde ich sagen... Wir brauchen 8 Stück. 5 haben wir noch. Wir bräuchten dann doch noch so ein paar. In der Zwischenzeit kann ich dann hier nochmal so ein bisschen was nachlegen. Na... Nachlegen. Und dann hier auch wieder was rausholen. Und ich glaube, es wird dann langsam mal Zeit, dass wir das Lager aufbauen. Ja. Ich muss jetzt schon was in die anderen Drohnen einschmeißen. Das gefällt mir nicht. So. Oh, hier war ich schon gar nicht schon. Stimmt ja. Ui. Das sieht ja richtig cool aus. So. Hier habe ich jetzt auch noch ein Advanced Enchantment Table hingesetzt. Wie der gemacht wird. Advanced sollte eigentlich schon reichen. Ähm... Da. Halt mit dem Enchantment Table. Book & Quill, Gold, Obsidian und Eye auf Ender. So. Dann war ich jetzt letztens noch mal ein bisschen TS von Psegurin. Und der hatte... Da war der Selrium. Moment, was ist jetzt noch hier dran? Gar nichts mehr an. Ja. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Während das jetzt hier am Gehren ist. Und zwar der Selrium vom Rockcraft war nochmal da. Habe ich ein bisschen mit dem enthalten. Und der hatte mich gefragt, wie das jetzt genau mit den Magical Crops ist. Weil der das noch nicht so ganz verstanden hatte. Leute. Wenn ihr was nicht versteht. Schreibt es mir. Sagt es mir ruhig. Ich lese mir generell die Kommentare durch. Ich freue mich auch über jeden Kommentar. Ja. Nehmen wir mal hier das Tierkotter. Ich habe das hier auch noch ein bisschen Upgraded, wie man sieht. Hier mit den Hoppern. Das gefällt mir besser. Dann kommt auch wenigstens alles an. Und ich habe nichts zu futtern dabei. Was nehmen wir dann? Ja komm. Hier. Baked Potato. Om nom 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 nom. Also wie gesagt. Wenn ihr da wirklich mal Fragen habt. Dann schreibt mir einfach nur. Ich beantworte gerne eure Fragen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann schaue ich mal, ob wir schon ein paar machen können. Sollte eigentlich möglich sein schon. Ups. You may not resten all the monsters nearby. Könntet ihr gerade schlafen? Dann muss ich nochmal hier ein bisschen Chattingsbekämpfung währenddessen. Hey du. Jo. Alter Finne. So. Entschuldigung, wenn ich heute mal ein bisschen neben der Reihe bin. Hat er gerade eine Zwei-Stunden-Klausel hinter mir. Und mir ist aufgefallen, dass du das noch keine Folgen vorbereitet. Danke. Und bin halt deswegen noch so ein bisschen durch den Wind. Aber wie gesagt. Ich habe heute meine erste Klausur geschrieben in der Klasse 12. Und ich muss sagen. Alter Finne. Da kommt schon einiges auf. Drauflangen zu. Das ist ja echt nicht mehr ohne, was da noch kommt. So. Dann können wir mit denen hier schon mal langsam anfangen, den Blutaltar zu upgraden. Und zwar müssen wir dafür hier eine Umrandung machen. Ähm. Das müsst ihr erstmal nicht sehen. Das habe ich halt gemacht für die. Ähm. Damit das alles ausgeformt wird. Sehr schön. Zwei, drei, vier, fünf. Zwei mit dir. Und dir Katana. Ja, so sprechen auch die Samurai. Das ist die geheime Sprache von denen. Die muss man nicht können. Und ich bin ein Out of. Was stand da gerade hier auf Contemporary Warp? Ich habe keine Ahnung von meinen Formkopf. Bin sicherlich. Ah ja. Wie man hier sehen kann, bin so ein bisschen gestorben. Den habe ich besucht. Und eins, zwei, drei, vier. Fünf. Oh, ich muss ja noch so einiges upgraden. Vielleicht mache ich hier nochmal eine zweite Hühnerfarm. Hm, und ich bin wieder Out of Leben. Oh, ist das gerade kacke. Kann ich... Kann ich... Also langsam glaube ich, ich muss echt mal hier was in Ordnung reinbringen. Im Sinne von Essen und sowas. Komm mal mit French Fries. Ey, wer ist traurig? Du siehst traurig aus. Hier hast du schon Hammer. So. Dann können wir ja vielleicht jetzt gleich schon den Blutalter fertig machen. Fehlen ja noch. Drei? Ja. Wieso habe ich eigentlich... Ich bin auch ein Idiot. Ja, eins, zwei, drei, vier, vier, fünf. Ich frage jetzt gar nicht, was ich da wieder gerechnet habe. So. Dann kommen wir vielleicht langsam mal... Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Das sollte es jetzt gewesen sein. Ähm. Wobei ich das dann... Na ja. Da kommen wir vielleicht auch langsam mal hier dazu die... Den eigentlichen Zweck der Monsterfalle zu benutzen. Weil die habe ich ja nicht umsonst gebaut. Was, Cheater? Ja, ja, ja. Ähm. Ja, wie gesagt, die habe ich ja nicht umsonst gebaut. Und zwar wollen wir ja auch mit der Monsterfalle... Na, kommen die noch dazu? Ähm. Monster opfern, dass wir schneller vorankommen. So, jetzt haben wir die letzten drei Blutdrohnen. Das ist nämlich so richtig. Denn hier unten der Block, der bleibt frei. Da kommt nichts drunter. Und wenn wir jetzt mit dem Definition Siegel drauf gehen... Jawoll! Current Tier 2 erreicht! Yeah! Level up! So, das erste, was ich nämlich jetzt machen würde... Ist nochmal nachschauen, wann ich die Folge angefangen habe. Denn ich bin wieder ein Vollidiot hoch 10. Also, bis gleich. So, der Vollidiot hat mal nachgeguckt. Wir haben noch auch ein Minütchen. Und zwar... Jetzt wollen wir den Blutaltar auf 2 haben, auf Tier 2... Würde ich gerne, dass wir mal gucken, dass wir den Adventist Blood aufmachen. Dafür brauchen wir schon 5000 LP. Und... Ein Dagger of Sacrifice! Caution! Because a bad day! Und was macht der Dagger of Sacrifice? Wir brauchen 3000 LP. Und den Tier 2 schon. Und einen Eimundsword. Eimundsword sollte kein Problem sein. Schauen wir mal, wir haben jetzt hier 0 drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt haben wir schon mal 1800 drin. Haben wir vielleicht noch einen Heilungstrank? Natürlich nicht. Gucken wir mal, die Karotte dann ein bisschen schneller heilen. So. Also, dieses Dagger of Sacrifice ist dafür da, dass man die Monster opfern kann. Und zwar kann man dann Monster opfern, oder Tiere, oder Welleter, worauf man halt Lust hat. Und da wir ja die Monsterfalle schon hier haben, würde ich sagen, nutzen wir die auch. Also, Eimundsword haben wir schonmal. Ja, wie gerd' e' ne schöne Schrauchy! Ja, wie gerd' e' ne Wufel 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 Wufel! Also warte, ja. So! Wir haben so viele Seeds. Ich glaube, ich versuche demnächst mal eine Timelapse-Folge zu machen. Ich habe es zwar noch nie gemacht. Sitz! Alter! Wieso stießt du auf? Wie gesagt, ich will noch mal gucken, ob ich demnächst mal eine Timelapse-Folge mache. Habe ich zwar noch nie gemacht, würde ich aber gerne mal machen. Dann könnte ich vielleicht mal hier ein bisschen Ordnung reinbringen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr essen und so. Oh naja. Okay, da waren jetzt 1800 drin, also 2000, 22, 24, 26, 28, 20. 2, 10, Alter, hier war auch die Galle. So, Ivan Swat da rein und Action. Ja, da dauert jetzt im Moment. Nein, nicht mich angreifen, ich bin tabu. Nein, wie lange dauert es noch? Ah, wir haben es fast durch. Die letzten LP sind drin und wir haben einen Dagger of Sacrifice. So, Wette im Dagger of Sacrifice. Jetzt sag mir nicht, der ist wirklich... Okay, okay. Dann machen wir den eben noch ein bisschen näher. Alles kein Problem. Standbild, standbild, böse, aus. Warum standbildest du? Okay. Einmal weg, 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 weg. Das darf jetzt nicht wahr sein, ne? So, machen wir das, wie gesagt, nochmal weg. Dann hier den Marble drauf. Und dann hier den Blutaltar. So, jetzt sollten sie aber... Jawoll, jetzt fallen sie irgendwie die letzten Mongos. Und zwar können wir die jetzt halt, wenn die hier vor sind, alle opfern und wir bekommen schon... Wow! Alter Finne! Das hat so krass, als hätte ich echt nicht erwartet. Alter! 6.000 LP! Jetzt mein Mernst, da schmeiß ich doch sofort so ein Emerald rein, damit wir den nächsten Blut auch bekommen. Ich mein, wenn wir mal in die Endertests schauen, da ist schon einiges drin. Jetzt mein Mernst, wenn ich das jetzt nicht reinschmeißen würde. Ja, wir haben jetzt schon... Weiß und Rosati angekommen. Haben wir echt nicht viel zu knuspern da drin. Kunde-Potato. Da hätte ich wenigstens ein bisschen gern Regeneria. Ich glaub, da werde ich dann nochmal ein eigenes Gebäude für machen. Dass ich mir hier so eine kleine Stadt aufbaue. Ich hab da drüben so einen wunderschönen Berg. Ich brauch dann da mal die Monsterfalle rein. Von nem ganzen Scheiß von Blood Magic. Und wir haben eine Apprentice Blood Orb. Einmal rechtsklick. Und wir sind zu ihm gebunden. So, wie viel haben wir jetzt noch drin? Wir haben noch 3.400 drin. Wenn wir die jetzt da reinschmeißen, sollte der sich vollziehen. Und unser Blut-Netzwerk sollte sich voll laufen lassen. Ja, 3.400, 3.600. We should join the game. 3.600. So kommen wir auch noch ein bisschen. Das ist doch wundervoll. Oh, wie die Zahl hoch geht. Das ist wundervoll. Richtig schön. Ja, ich würd dann sagen, ich schau mal noch so, was wir als nächstes machen können. Rune of Sacrifice. Hm. So normal forged. Master Archmage. Okay. Okay, ich glaube, ich habe vielleicht schon so eine Ahnung, was wir demnächst mal machen werden. Gut, ich weiß, was unser erstes Ziel ist mit Blood Magic. Und ich weiß auch schon, was wir in der nächsten Folge machen werden. Wir werden... Ich wollte schon sagen, der hat sich da jetzt nicht komplett vollgesaugt. Wir werden in der nächsten Folge unseren ersten Zauber machen mit Blood Magic. Hat der uns nicht gerade durchs Portal ge... Hey, Töne! Zurück mit dir! Wo denn gehörst? Ah, war ja was. Da war ja etwas. Wosch. Okay, Diya Katana raus. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns... Darf ich ja nicht mal meine Folge beenden? Dankeschön. Boah, überall alles noch scheiße. Fanboys und Fangirls. Alter, ich kämpfe mich gerade schon wieder selbst wegen diesem Spooking selbst in die Fresse hauen. Aber okay. Ich würde sagen, dann war es das jetzt für diese Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Ich vomg mal ganz schnell diesen Quieber. Danke. Oh, hier müssen wir auch noch richtig viel aufarbeiten. Schaut da auch mal beim Theo reden vorbei. Der wird sich auch über ein Abo und ein Like freuen auf seine Videos. Und ich würde sagen, dann war es das, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich es wieder als Let's Play Minecraft Malzalz habe. Bis dahin, tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü